Meine Damen und Herren, ich präsentiere Ihnen hier das neue Multitouch Supersensor. Es liegt leicht in der Hand, aus sehr stabilem, gehärtetem Stahl. Für einen Unkostenbeitrag von 74.039 Euro ist es kein Problem, sich dieses Ding zu besorgen. Es ist einfach nur erschwinglich. Eine wirkliche Erleichterung für den klassischen Autofahrer. Ja, ich stehe jetzt an der Ampel und fahre jetzt weiter. Hier sehen Sie, es liegt perfekt in der Hand. Einfach unglaublich. Vor allem für Leute, die keine Servolenkung haben. Wirklich eine Spitzensache. Natürlich kann man das Lenkrad auch noch so benutzen. Das geht natürlich nicht. Nur an diesem Ding. Das wäre ja absurd, sagt selbst der ADAC. Auf jeden Fall eine Bereicherung für das Auto und den Fahrer. Man kann mit diesem Ding einiges machen. Man kann es anschauen und einen Unfall bauen, weil man sich nicht auf die Straße konzentriert. Man kann es drehen und sich freuen. Oder man kann es in die andere Richtung drehen und sich nicht ganz so freuen. Ja, so viel von mir. Es geht zurück in die Zentrale.